Guten Morgen zusammen. Ich darf euch auch alle begrüßen im Jahr 2024. Ich wünsche euch Gottes Segen, Gutes Neues. So geht die Zeit an uns vorbei. Und es wird ja am Anfang, stellt man sich schon die Frage, was kommt 2024 auf uns zu. Wir haben es auch in den Gebeten gehört, die sehr zuversichtlich waren. Ich frage mich das ja auch, wie geht es weiter mit den Kriegen, mit der Wirtschaft, mit der Politik in unserem Land. Morgen gehen ja die Bauern auf die Straße, weil sie sagen, das, was ihr da von uns wollt, die nächsten Jahre an Steuergelder, das werden wir nicht bezahlen können und wehren sich dagegen. Und so ist natürlich sehr viel Vages, sehr viel Spekulation auch an einem Jahresanfang. Was kommt da so alles auf uns zu? Als Christen sind wir da aber anders gestellt. Da heißt es ja, Petrus sagt es einmal in seinem Brief, in seinem zweiten Brief 1,19, da sagt er, Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ohren scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und die Bibel redet hier selber, dass es in der Schrift prophetische Textstellen gibt, die sagen auch etwas bis in unsere Zeit hinein. Und besonders natürlich, und das ist ja auch sehr spannend, in Bezug auf Israel. Wie geht es dort weiter? Und wir sehen, dass dort auch etwas Geistliches ist, was dieses ganze Land dort betrifft. Und weil kein Land ist so in der Tagespresse, wenn man mal guckt, dieses Land ist so klein, wenn man die ganze Welt sieht, dieser Landstrich Israel ist so verschwindengering klein und doch ist er so im Fokus. Und wir sehen eine geistliche Dimension darin. Ich will gar nicht so viel darüber sagen, aber ich denke, auf was sich Israel oder auch Jerusalem die nächsten Jahre einrichten muss, steht ja in Zacharia 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsherum und auch über Judah wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass sich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran Wund reißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Also dieses Land, diese Stadt Jerusalem kann sich eigentlich auf unruhige Zeiten vorbereiten. Das sagt schon das Wort Gottes. Es war immer unruhig für sie, aber ich denke, es wird sich in der Zukunft noch verstärken. Die Menschen, die Völker ringsherum bei diesem wichtigen Thema Israel, Jerusalem, sie sind wie ein Taumelkelch. Die Nationen wollen es lösen, aber sie werden ganz besoffen, wenn sie sich mit Israel beschäftigen und sie werden nicht mehr rational und vernünftig handeln können. Und auch ein Laststein ist schon enorm, wenn man was zu schweres hebt und auf einmal fährt es den Rücken rein und man reißt sich den Rücken wund, ist anschließend handlungsunfähig. Und so beschreibt Gott Völker, die das Problem Israel oder Jerusalem lösen wollen. Die werden sich kaputt reißen. Das haben wir in der Geschichte immer wieder auch erkannt oder gesehen, dass Gott eben dieses Volk in besonderen Maßen schützt. Er sagt an mehreren Stellen im Alten Testament, es ist mein Augapfel, ich achte darauf. Und wir können eigentlich als Deutschland und Deutsche oder Europäer nur hoffen, dass Deutschland möglichst lange an der Seite Israel steht. Sie müssen nicht alles gut finden, was die machen, ganz sicher. Es ist auch ein Land, wo Sünder an der Macht sind und die machen nicht alles richtig. Aber es ist immer noch besser, an der Seite Israel zu stehen, für das eigene Volk wie gegen sie zu wenden. Und wir können natürlich, wenn wir die Bibel studieren und viele Textstellen sagen etwas auch über Israel in der Zukunft aus, umso mit wachsamer Augen, alles geschehen, was auch im neuen Jahr kommt. Ich sage was zu Israel, wenn man immer wieder gefragt wird, was denkst du, wie es da weitergeht? Ich weiß es nicht. Aber an der Textstelle sehe ich, es wird ungemütlich für dieses Volk, für dieses Staat Jerusalem sein. Nun, ich möchte einen Text mit euch anschauen, der mich als Gemeindeleiter beschäftigt für dieses Jahr. Ein Text aus Markus. Letztes Jahr hatte ich ja den Predigt unter dem Titel für 23, der Herr gibt und der Herr nimmt 2023. Und ich hatte das nicht prophetisch gemeint, ich meine es auch immer noch nicht so, sondern als eine Wahrheit, die gilt, eine trostvolle Wahrheit. Gott ist souverän. Ich habe gesagt, er ist souverän über das Leben, über den Tod, über sogar unser Vermögen, unsere irdische Versorgung. Es ist alles in seiner Kontrolle. Alle Krankheit, alle Kriege, alles ist in seiner Hand. Er ist nicht der Ursprung von Leid, er ist auch nicht der Ursprung von Krankheit, aber es ist in seiner Hand. Und das sollte uns ruhig machen, wenn wir zurückblicken, auch auf das vergangene Jahr. Ich selber habe erlebt, wie ich meinen Opa beerdigen durfte und im gleichen Jahr ist mein dritter Sohn geboren. Der Herr nimmt und der Herr gibt und viele von euch werden in diesem letzten Jahr wahrscheinlich auch erlebt haben, wie euch was anvertraut wurde, wie er gesegnet wurde, wie was funktioniert hat und gleichzeitig, wie auch Verlust da war, was genommen wurde. Und wir müssen es aus Gottes Hand nehmen und so wird es auch immer sein für 24 und alle Jahre, die da kommen. Aber wir können wirklich ruhen in dem, dass Gott alles in seiner Hand hat. Ein Wort aus Markus 4 will ich uns lesen. Vers 26, da heißt es, Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und so will ich den Titel der Predigt auch für dieses Jahr nennen. 2024 wird Saat aufgehen, ohne dass wir wissen, wie und wo. Interessant ist, dass dieses Gleichnis nicht unmittelbar im Anschluss von Jesus ausgelegt wird. Und oft ist es so, ich bin der Meinung, dass er dieses Gleichnis im Vorfeld auslegt, beziehungsweise, dass dieses Gleichnis dient, ein anderes Gleichnis zu vertiefen. Denn er lehrt an demselben Tag unmittelbar davor ein sehr bekanntes Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom vierfältigen Ackerbogen. Und wir müssen dieses kurz anschauen, um auch diesen Text heute zu verstehen. Dort, wir kennen es, ich will es nur ganz kurz wiederholen, da ist ein Sämann, der Samen aufwirft. Das erste wird auf den Weg gestreut. Dann kommen die Vögel, picken den Samen, der auf dem Weg liegt, auf. Dann wird ein zweiter Samen oder Samen wird auf felsigem Boden gestreut. Das heißt, da ist nur eine ganz dünne Erdschicht drauf. Als dann der Samen versucht, Wurzel zu schlagen und die Sonne aufgeht, sind sie nicht tief genug. Es verbrennt und verdorrt. Der dritte Samen wird unter die Dornen gesät. Und als er aufkeimen will, ersticken die Dornen diese Saat, die aufgehen will. Und sie bringt auch keine Frucht. Und dann der vierte Boden auf guter Boden. Und dort wächst die Frucht auf und bringt Frucht 30, 60 und 100 fältig. Und da gehe ich nachher noch später drauf auf. Es ist aber interessant, dass ja Jesus dieses Gleichnis erzählt. Und dann spaltet sich die Zuhörerschaft auf und die Auslegung bekommt nur eine ganz kleine Gruppe. Die anderen hören nur das Gleichnis, so wie ich es euch jetzt erzählt habe. Die anderen hören, die aber am Weg sind, also der Sämann sät das Wort, die aber am Weg sind, sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan, wie die Vögel, und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort hören und wenn sie es hören, sogleich mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sie sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein, ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und jetzt kommt der vierte Boden, wo ich meine, dass dieses Gleichnis, auf das ich eingehen will, genau diesen vierten Boden vertieft. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesägt wurde, das sind solche, die das Wort Gottes hören und aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte hundertfältig. Und es geht in dem Gleichnis darum, dass, also in dem aus Markus 4, wo die Saat aufgeht über Nacht und er nicht weiß wie, geht es meiner Meinung nach um eine Gruppe, die Frucht bringt, um den vierten Boden, um den Herzensboden, der eben Frucht bringt. Bei allen Gruppen davor, bei drei Gruppen, wird keine Frucht gebracht. Sie hören das Wort, aber es kommt keine Frucht hervor. Aber bei einem Boden eben schon. Und es ist eben interessant, ich habe es gesagt, dass er dieses Gleichnis erzählt und dann spaltet sich die Zuhörergruppe auf. Nur die Jünger und ein Teil, die sich um die Jünger mitversammelt haben, bleiben bei Jesus und sie kommen zu Jesus und fragen, was bedeutet denn dieses Gleichnis? Und nur diese Gruppe erhört die Auslegung und hört auch das Gleichnis der Vertiefung, dass die Saat über Nacht einfach aufgeht und man nicht weiß wie. Und so ist es doch heute auch schon. Die einen wollen zwar religiös sein, sie wollen sich mit frommen Dingen beschäftigen, aber sie wollen es eigentlich nicht verstehen. Denn wenn sie es verstehen würden, dann hätte es Konsequenzen in ihrem Leben. Und unser Volk ist zutiefst religiös. So viele Fromme, so viele Religiöse, aber niemand will es verstehen. Die Gottesdienste in den Großkirchen sind voll von Verkündigungen, wo die Leute sitzen, aber niemand versteht, es wird auch nicht richtig ausgelegt. Es wird einfach Religion betrieben, aber es gibt keine Auslegung. Es will auch niemand verstehen, denn wenn wir das Wort Gottes verstehen würden, hätte es Konsequenzen im Leben. Und ich sage uns als Gemeinde in diesem Jahr, wir wollen keine Menschen sein, die nur Religion betreiben wollen oder die nur hören wollen, sondern wir wollen auch verstehen und wir wollen auch danach handeln. Da wir jetzt das Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden in Erinnerung gerufen haben, kommen wir zu dem heutigen, wo es heißt am Anfang, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Und wir wissen, der Same ist das Wort. Das Wort Gottes, die Bibel. Der Mensch, der den Samen auf die Erde wirft, ist aus der Erzählsicht von Jesus natürlich er selber, weil er bringt das Wort Gottes, er verkündigt es seinen Jüngern, aber es kann auch jeder sein, der das Wort Gottes ausstreut. Ich heute Morgen, du selber, wenn du die Bibel in die Hand nimmst, es liest, für dein eigenes Herz, aber wenn du es jemandem erzählst, wenn du Zeugnis gibst, wenn du jemanden einladest, in persönlichen Gesprächen, Kleingruppen, Hauskreisen und so weiter, kann jeder derjenige sein, der Samen eben ausstreut. Und die Erde sind die Herzen der Menschen, wo das Wort Gottes hineingesät wird. Ein Mensch wirft den Samen auf die Erde und er schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Hier ist ein landwirtschaftliches Gleichnis wieder mal, die Jesus sehr oft bemüht hat. Und er sagt, der Landwirt geht aus, er wirft den Samen auf die Erde, er geht dann ins Bett, er schläft, er steht wieder auf, muss vielleicht noch einen neuen Acker bearbeiten, seht dort auch auf, er geht wieder ins Bett, Tag und Nacht macht er das, er macht andere Arbeiten und dann auf einmal geht die Saat auf. Und er weiß nicht, wie sie aufgeht. Nun, der Landwirt hat natürlich Erfahrungswerte, er weiß Weizen von der Ausstreuung, bis es zum ersten Mal keimt, sind sechs, acht Wochen, ich weiß es nicht genau, und bis der Weizen dann Frucht bringt, vergehen zehn Monate ungefähr. Ich weiß es nicht, es ist ein Landwirt da, der mich korrigiert. Aber es sind ungefähr so acht, neun Monate und dann, zehn Monate und dann, fünf. Das ist ein schneller Weizen, ey. Den brauchen wir als Gemeinde, gell. Aber mit diesem Bild vergleicht Gott geistliche oder Jesus Prinzipien. Wir sollten als Nachfolger, als Gemeinde wie Landarbeiter sein und das auch im Jahr 2024. Wir sollten das Tageswerk erledigen, was jeder von uns hat und wir sollten das Wort Gottes ausstreuen. Vor allem sollten wir das Wort Gottes in unser eigenes Herz hineinstreuen. Dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du es liest, dann nimmst du Samen und streust es in dein Herz. Wenn du es jemand anders sagst, streust du es auch in sein Herz, ob er es hören will oder nicht, aber du streust es hinein. Und was daraus passiert, ist nicht in unserer Verantwortung. Und dann gehen wir abends wieder ins Bett und am nächsten Tag geht es weiter. Und das hilft uns auch davor, dass wir wissen und macht uns auch frei vor dem Leistungsdruck, wir müssen andere Menschen bekehren. Nee, kannst du gar nicht. Du sollst einfach nur ein Zeuge sein. Jemand, der den Samen ausstreut, erzählt mit seinem Leben, mit den Worten, die er macht und mehr nicht. Es gibt ja in der Korinther Gemeinde einen Streitfall, weil die einen sagen, wir gehören zu Paulus und die anderen sagen, ja, wir gehören aber zu Apollus und die anderen sagen, nee, nee, wir sind die ganz Geistlichen, wir gehören zu Christus. Und dann schreibt ja Paulus und meiner Meinung nach vertieft er hier diesen Gedanken auch des Sehens und des Wachstums. Er sagt im 1. Korinther 3,5, wer ist denn Paulus und wer ist Apollus? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar, wie der Herr es jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollus hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und hier ist ein erster Punkt, der mir besonders wichtig ist, für uns als Gemeinde und für mich persönlich, aber auch für dich persönlich und nämlich, dass wir geistlich demütig sind. Dass wir verstehen, wir können geistlichen Wachstum nicht produzieren. Und wenn geistlicher Wachstum in deinem Leben ist oder in der Gemeinde, dann, wer Gott Gedeihen gegeben hat. Ein Vers, den ich sehr liebe im ersten Korinther Weller, mein Herz oft ermahnt, der sagt, und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also als hättest du es von dir selber produziert oder hervorgebracht. Und in letzter Zeit merke ich selber in meinem Leben, Simon, sei mal ganz vorsichtig im Beurteilen, im geistlichen Beurteilen von Leben von anderen oder auch ganze Gemeinden. Die machen es so, die sind ungeistlich oder die sind nicht so reif. Die anderen haben geistlich viel mehr anvertraut bekommen. Oder auch die Arroganz, so wie in Lindau, wir sind schon richtig gut unterwegs. Wenn uns in Lindau etwas anvertraut wird, was geistlich ist, wo etwas passiert, was wollen wir uns rühmen? Wir haben es empfangen. Aber auch du persönlich, wenn Gott dir einen geistlichen Dienst gegeben hat, wenn du gereift bist im letzten Jahr, in den letzten Jahren und du siehst auf andere Menschen, die vielleicht an der Stelle nicht so reif sind wie du, was willst du dich erheben? Du hast es doch selber empfangen. Was willst du über andere gering schätzig reden? Du bist doch geistlich nur gewachsen, weil Gott in deinem Leben das Gedeihen gegeben hat. Und deswegen ist der erste Punkt, der mir so wichtig ist für das neue Jahr, wir müssen persönlich und auch als Gemeinde geistlich demütig sein. ein Wort, das wir als Älteste uns beschäftigt haben in einem Jahresrückblick, aber auch in einem Ausblick aufs neue Jahr, steht in Jakobus und da sagt Gott, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch. Auch wir als Leiterschaft, wir müssen demütig sein. Wenn wir ein Jahr haben, das funktioniert hat, wo die Rechnungen alle bezahlt worden sind dieser Gemeinde, wo wir erleben durften, dass sich Gruppen gut entwickelt haben. Demütigt euch. Es war nicht euer Werk. Ihr dürftet Verwalter sein. Ihr dürftet dienen. Ihr dürftet euch gebrauchen lassen. Aber es war nicht euer Werk. Es hat Gott gegeben. Und das wollen wir anerkennen, dass Gott derjenige ist, der Wachstum gibt. Und Jakobus haben wir auch gelesen als Leiterschaft, da sagt, schreibt er, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies und das tun. Und wir haben darüber nachgedacht, ja, wer sind wir schon? Unser Leben ist kurz. Die Menschheitsgeschichte ist tausende von Jahren. Wir sind ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde. Es gibt gar keinen Grund, dass wir uns das einbilden können, dass wir stolz sein können. Unser Leben ist vergänglich. Es ist wie ein Dunst. Es vergeht wieder. Und wir sollten sagen, in Gottesfurcht, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dies und das tun. Auch als Leiterschaft für diese Gemeinde. Wir haben Ideen, wir haben viel, auch ich sprudel immer wieder vor neuen Ideen. Und wenn der Herr will, dann werden wir auch einiges umsetzen oder anderes. Werden wir dies und das tun. Aber demütig sein, weil Gott derjenige ist, der es Gedeihen gibt. Und gleichzeitig wollen wir als Leitung eine Haltung und auch als Gemeinde, und ich wünsche es dir auch persönlich, eine Haltung des Mutes haben. Denn Gott will sehr viel wirken und er will etwas tun mit uns. Er will dies tun und das tun. Er sagt es uns nicht alles. Manchmal weiter uns früher in Pläne ein, manchmal sind wir mittendrin in Pläne und wir wissen, okay, das nehmen wir aus Gottes Hand und wir werden dies tun. Aber er wird etwas tun. Joshua war bereit zu gehen, in das Land einzunehmen. Jonathan und sein Waffenträger haben gesagt, lass uns einfach mal hingehen und schauen, was Gott uns nicht alles in die Hand gibt und sie machen einen großen Sieg für Gott. Und diese Haltung wünsche ich mir für uns geistlich. 2024 werden einiges tun und auch du in deinem Leben. Gott will eine Menge mit dir wirken. Deswegen sei mutig und geh vorwärts. Ich habe mich dann gefragt, es ist ja auch immer so, wenn man dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden, dann sagen wir ja, denkt man über sich selber immer, ich bin der gute Ackerboden. Ich bin nicht der, der ehrliche Leute sagen schon, oh Mann, ich kenne meine Sorgen. Ich kenne vielleicht auch mein Gier nach Reichtum und das stickt ja auch das Wort. und ich lasse mir, wenn ich in der Predigt bin, meine Gedanken sind, ich lasse mir alles rauben, die Predigt saust an mir vorbei, ich gehe raus, ich habe nichts verstanden. Wenn es so ist, musst du auch mal nachdenken, warum kann ich denn nichts behalten, was ist los in meinem Leben? Aber ich habe mich gefragt, worin liegt nun das Geheimnis, dass manche Herzensböden gut sind, wo der Same aufgeht. und nach meinem Verständnis liegt das Geheimnis im Samen und nicht im Boden. Über Jesus heißt es einmal prophetisch in Vorschau, Jesaja 53, Vers 2, er ist wie ein Trieb, es ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. geht ja eigentlich gar nicht, in Dürre wächst ja nichts, außer ein bisschen Kraut oder sowas, aber da entsteht keine Frucht. Wie geht es also, wie kann es sein, dass Jesus prophetisch gesprochen aus diesem trockenen Volk Israel kommt, wo so wenig Glauben da ist, wo abgehauen wurde, wo nur noch ein Stumpf da ist, wie konnte dort eine ganz neue Bewegung, eine Errettung durch Jesus hervorkommen, weil die Kraft nicht in der Erde liegt, sondern eben in dem Samen und es wird ja gesagt, dass das Wort der Same ist und Johannes lehrt uns im Evangelium, das Wort ist Jesus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und somit können wir sagen, wenn das Wort Gottes ausgestreut wird, dann wird Jesus ausgestreut und dort heißt es einmal im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Andere Übersetzung sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Kennt ihr vielleicht mehr, die Übersetzung. Das heißt, die Kraft und das Geheimnis liegt im Wort und in dem Samen, der ausgestreut wird. Ein Bild, was doch sehr schön ist, ich habe eine Strecke, wo ich übers Hinterland fahre, da ist geteerte Straße und immer an derselben Stelle in der Straße wächst Gras auf. Manchmal sogar auch schon in Blume gesehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, weil wenn dort die Straßenbauer nicht immer wieder neue Teer drüber machen würden, das würde irgendwann überwuchern. Und nimm eine Teerstraße und lass sie mal 20 Jahre in Ruhe, dann weißt du, was die Natur mit der Straße macht. Bricht auf. Und so ist es, auch das härteste Herz, wenn der Same des Wort Gottes hineinfällt, ich weiß nicht, wann, ich weiß nicht, wie, es kann den härtesten Boden aufbrechen und Frucht hervorbringen. Oft passiert in der ganzen Geschichte der Menschen, dass die mit den härtesten Herzen auf einmal am meisten Frucht hervorgebracht haben. So, wir müssen vertrauen, wenn wir das Wort Gottes predigen, wenn wir es ausstreuen, dass dieser Same in sich Kraft hat, weil es eben Gottes Wort ist und Jesus selbst. Und so wünsche ich mir für das Jahr 24, dass wir eine natürliche Demut haben, wie ein Landwirt, der arbeitet fleißig, er macht seinen Job, er streut die Saat aus, er geht müde ins Bett und er vertraut darauf, dass die Saat aufgeht, wie es immer war. Und mir gefällt es in dem Gleichnis, wie er heißt, Tag und Nacht, er geht schlafen und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich so ein Nachfolger bin, aber dass auch ihr so Nachfolger seid, die treu ihren Dienst tun, die sich nicht geistlich stressen lassen, die sagen, jetzt muss ich die Riesen, den geistlichen Segen hervorbringen in meinem Leben, in meinem Umfeld. Ich bin ein bisschen müde, so geistlichen Überflieger, die immer so geistlich in den Lahn haben. Ich habe dieses Jahr einige kennengelernt, nicht in dieser Gemeinde. Interessant ist, dass die immer so eine, die haben immer so eine Periode von zwei, drei Jahren, da geht es voll ab und die brennen und denkst dir, Mensch, wenn ich nur so geistlich wäre wie die und dann auf einmal nach zwei, drei Jahren hörst du nichts mehr davon. Sind nicht mehr da, weiß nicht, sind weitergezogen. Wahrscheinlich war zu wenig Glauben da bei den Zuhörern. Aber ein Landwirt ist jemand, der treu seinen Dienst tut, der fleißig ist. Und das wünsche ich mir, dass ich so ein Glauben habe. Treu und fleißig zu sein. Und da hilft natürlich nicht, wenn man denkt, ich muss das alles verreißen. Geistlicher Stolz, geistliche Eitelkeit, eigene Ehre im Dienst suchen, den eigenen Vorteil auch in der Nachfolge suchen, gesehen zu werden. So viele Leute wollen im geistlichen Dienst gesehen werden, sie profilieren sich darin. manche werden auch aus dem Dienst genommen. Und ich sehe so viele Leute in dieser Gemeinde, da ist eine Saat aufgegangen und man weiß nicht wie. Vor mir steht ein junger Mann, gehört lange schon zu dieser Gemeinde, ich mag ihn sehr, gläubig aufgewachsen, hat alles gehört und dann war er voll weg. Und auf einmal ist eine Saat aufgegangen und er ist voll zurückgekommen, voll im Dienst und jemand, der so viel mitarbeitet. Andere junge Frau steht mir vor Augen, auch aus dieser Gemeinde. Wo sicher das Leben turbulent war, aber wenn ich sie sehe, so eine Freude, so einen geistigen Wachstum, wo in den letzten Jahren passiert ist in dem Leben. Jemand, der mithilft, mitarbeitet. Ein anderer, wo ich sehe, ist zum Glauben gekommen, vor zwei, drei Jahren. Und wie er sich entwickelt, welche Fragen er stellt und wenn er mich anruft und frägt, ich immer sage, was sagt Jesus dir? Du kannst es in Verantwortung vor Jesus selber beantworten. Und wie er gute Entscheidungen trifft, wo eine Saat aufgegangen ist und ich denke mir, Simon, da hast du ja gar keinen Anteil daran. Die Saat ist aufgegangen und ich weiß nicht wie. Und so sind es viele. Wir können doch jeder von sich selber sagen, Mensch, auf einmal war es anders. auf einmal war es eine Saat aufgegangen. Auf einmal ist geistig was passiert. Ja, wir müssen auch sagen, dass wir vielleicht auf Jahre gucken, du persönlich, wo du sagst, Mensch, da ist nicht viel Saat aufgegangen. Vertrau darauf, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, es wird eine Saat aufgehen. Im 2. Korinther 9,6 heißt es, wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und da kommt unsere Verantwortung ins Spiel, als Gemeinde, aber auch persönlich. Wenn du viel und reichlich siehst in deinem Leben das Wort Gottes, dann wird auch viel aufgehen. Im Prediger eine Stelle, die ich sehr mag. Wo bist du denn? Prediger 11, da heißt es einmal, Vers 4, Wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Also wer immer auf die Umstände schaut, oh, das können wir nicht machen, das wird uns überfordern. Das ist ein zu großer Glaubensschritt. Der wird nie etwas sehen oder sehr kerklich nur. Der wird auch nicht großes ernten. Und Vers 6 noch, Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeiht, also das, was du am Morgen gesät hast oder das am Abend, oder ob beides zugleich gut wird. Und es kann sein, dass wenn wir uns auch als Gemeinde mehr zumuten, dass das aufgeht oder das geht auf, in dem Arbeitsbereich geht mehr auf oder in dem oder vielleicht wird beides gut. Und wir erleben einen Segen, aber in dem Wissen, Gott hat es Gedeihen gegeben und nicht wir selber. Wenn ich zurückdenke an 2023, wie viele Menschen, man müsste mal die Zahl addieren, die in einem Jahr hier in den Gottesdienst kommen. Wir sind im Schnitt 100 Leute, 110, aber es verändert sich jeden Sonntag und oft sind jeden Sonntag neue Leute da oder die das erste Mal da sind. Also das geht in den hohen, hundertstelligen Bereich, denke ich, was Leute letztes Jahr in unseren Versammlungen waren oder wo das vielleicht auch online nachgehört haben. Da haben wir ausgestreut. Wir durften letztes Jahr eine Gemeinde gründen. Aus unserem Haushalt nehmen wir das Geld weg und stecken es in eine andere Gemeinde, wo wir nichts davon haben. Ich sag mal, menschlich gesprochen. Und doch entsteht diese Gemeinde und da treffen sich jetzt 20, manchmal 25, manchmal 30 Leute, weil wir es sehen konnten und unsere Finanzen sind komischerweise enorm gewachsen. Wartet mal die Mitgliederversammlung ab. Also wir sind voller Dankbarkeit auch an die Großzügigkeit und an dem, wie Gott uns versorgt, was an Spenden regelmäßig und einmalig und zusätzlich reingekommen ist. Das ist ja Wahnsinn. Wir werden Ende der Januar bei der Mitgliederversammlung mehr davon sagen, wie jedes Jahr. Und so weiß ich, als das geistliche Prinzip, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, in 2024 wird eine Saat aufgehen. Welche kann ich nicht sagen? Wo kann ich nicht sagen? Bei wem kann ich nicht sagen? Wie viel kann ich nicht sagen? Aber der Same keilt und er geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht zuerst den Halm, danach die Ehren, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und so dürfen wir vertrauen im neuen Jahr. Jesus, der voller Kraft und Leben ist, wird eine Saat aufgehen lassen, auch in 24. Und der letzte Vers unseres Gleichen ist es, wenn aber die Frucht es zulasst, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich würde sehr gern in 2024 eine große Ernte mit euch einfahren. Aber nicht, was ich will, sondern was Gott will, soll geschehen. Und sie soll dort aufgehen, wo er es schenkt, wo er es will. Er schenkt das Gedeihen. Und dieser Text ist auch meiner Meinung nach etwas apokalyptisch gemeint, denn die Bibel redet am Ende der Zeit ja auch, dass Gott seine Engel aussenden wird mit der Sichel und sie werden die Ernte einfahren. Es wird aber auch in einem weiteren Gleichnis das Bild ja gebraucht, dass eben der Sämann Samen streut und nachts kommt der Feind und er sät Unkraut in die Herzen hinein. Und dann geht der Same auf, aber es geht auch der Unkraut auf oder das Unkraut. und dann fragen die Arbeiter, hast du denn den schlechten Samen gesät? Und dann sagt der Landarbeiter, nein, das war der Feind. Ja, sollen wir es rausreißen, das Unkraut? Und dann sagt er, nein, lass es wachsen, sonst würdet ihr den Weizen sogar beschädigen, wenn ihr es rausreißt. Und über das sagt ja Jesus auch am Ende der Zeit dieses Bild, weil es passt einfach in das des Seemanns. Da entließ er die Volksmenge und ging in das Haus und die Jünger traten zu ihm und sprachen, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der gute Samen, der guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt und der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hier wird gesagt und das dürfen wir auch für 2024 wissen, das Reich Gottes wird wachsen 2024. Der Weizen wird weiter wachsen. Er wird ausreifen. Gleichzeitig können wir aber auch in die Welt schauen und wir werden sehen, dass das Unkraut auch weiter ausreift und wächst. Dass auch weiterhin böse Saat aufgehen wird. und das meiner Meinung nach auch schwere und schreckliche Nachrichten zunehmen würden. Auch die Vorkommenheit des Menschen wird immer deutlicher, immer sichtbarer. Gott sagt, ein Gericht, das er über die Menschen verübt ist, dass er sie dahin gegeben hat. Und so werden wir sehen, dass auch das Böse zunimmt. 2024 wird ein gutes Jahr geistlich gesehen. 2024 wird aber auch ein schreckliches Jahr, was das Böse ist. Es wird eine Ausreifung geben vom Weizen und auch vom Unkraut. Jesus sagt, wir sollen die Zeit richtig beurteilen. Und da ist mir wichtig, dass wir keine unrealistischen Erwartungen haben, dass alles besser wird. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir mutig und treu vorwärts gehen, denn das Wort Gottes hat Kraft und eine Saat wird aufgehen. Seid wachsam und nüchtern in diesem Jahr. Seid realistisch und gelassen, lasst euch nicht geistlich stressen, seid voller Glauben und Treue, seid fleißig und seid demütig, seid voll auf Jesus ausgerichtet, denn er ist voller Leben, Jesus ist voller Kraft, er ist tätig in unserem Leben, in unserer Zeit, er ist tätig in unserer Gemeinde, er ist der Same, der aufgehen wird, er ist der gute Hirte, der uns vorangeht und deswegen, und das haben wir in den Gebeten ja schon gehört, muss uns nicht bange sein, sondern er geht uns voran, auch im Jahr 24. Dieser Predigt, die mich beschäftigt für das neue Jahr, wollen wir auf uns wirken lassen und wollen jetzt auch gemeinsam zum Abendmahl kommen, aber da übergebe ich an Jürgen. und dann